... dieses Jahr, das liegt vor allem an den gestiegenen Rohstoffpreisen. Grund genug für uns von Galileo mal nachzufragen, wie wird so ein Reifen denn eigentlich hergestellt? Der luftgefüllte Autoreifen wurde Mitte des 19. Jahrhunderts erfordert. Davor gab es nur Holz- und Metallreifen. Winterreifen mit Lamellen, wie wir sie heute kennen, gibt es aber erst seit gut 30 Jahren. Wichtig für gute Reifen sind die Zutaten. Dann je nachdem, was die Reifen später aushalten müssen, sieht die Produktion...